Ja, hallo, Boris Lockschin ist mein Name, definitiv Teil der Webseite, das Leben im Internet, mit dem Internet, das ich möchte an Bestandteilen. Ich arbeite im Internet, ich bin einer der Anbieter von E-Commerce-Lösungen, von daher ist das definitiv ein Thema für mich, meine Kunden, aber auch den Rest meines Lebens, meiner Freizeit.